Oh, der war aber gut mit dem Ducken ausgewichen, ich hate den, ich hate den, ich versuch's, aber die Steuerung. Was? Das ist ja wohl, also, also das ist ja wohl die schlechteste Respawn-Mechanik seit, äh, seit Call of Duty, nicht wahr? Ja, Leute, stimmt irgendwie zu? Boah, ich dachte jetzt, das wäre das, dann bin ich ja auch aufgehört, hab ich einfach gequittet. Oh, verdammt. Sehr gut. So langsam wird's echter Frust bei Robin, glaub ich. Oh, Leo, ich sag's dir, ne, wage es. Oh, war sogar eine kleine eigene Animation, ne? Ja. Da reißt er ihm das Herz raus. Na, na, na. Oh, nicht schlecht. Ah, Gleckbruch. Hast du da geklappt? Fuck it. Zweifelsfall. Es ist wirklich viel, einfach nur so Gegner kennen und austricksen und dran vorbeilaufen. Komm, du bist so still gerade. Was ist los? Tau mal die Fresse und stirb. Wehe! Entschuldigung. Die arme Tastatur. Ja. Ich mein, die Tastatur kam nur 15 Euro, aber die erstattest du mir trotzdem. Ja, die bezahl ich dir, ja, klar. Was war denn das gerade? Also noch funktioniert sie, das will ich nur mal kurz an... Ah, Dreck. Ah, was machst du da, Robin? Ich drücke Knöpfe. Ja, ich seh's. Und höre es. Ah, shit. Die Duelle zwischen euch sind aber sehr spannend. Ah, ich hasse dich so sehr. Ah, ich habe keine Pitsch. Ah, Mann. Nein. Ah, nein. Ich habe eine... Nein. Oh, der Run wurde beendet. Mortal Kombat. Der Tornister, das war mein... Der Tornado, nicht der Tornister. Dummer Spastier. Ah, ich bin da gar nicht der Gelbe. Ich habe mich ganz viel im Kreis gedreht und ich habe gesagt, das ist der Tornister, aber es war ein Tornado. Da war er wieder. Du musst schon wieder aufstehen. Ach so, fuck. Nee, du bist das nicht weit so... Ich war gerade in deuter Hälfte und jetzt sind wir wieder bei mir. Jetzt... Ich... Fuck dich. Oh, Mann. Oh. Die Steuerung. No. Oh, fuck. Das war aber gut. I have to admit. Fuck. Ja, wie so ein kleines Spiel so viel Spaß machen kann. Wobei ich nicht so ganz sicher bin, ob Robin Spaß hat. Nein, nein. Nein, Leo. Leo, auf. Leo, lass... Das war schon ein bisschen schwer zu sagen bei ihm. Oh. Da habe ich ein Schwert im Gesicht. Das ist ein Hin und Her, ey. Ja, ausgeglichener Skill, wenn man so hat. Ich will nicht... Nein. Gut, gut. Richtig gut. Mann. Nee, das bringt nichts, Robin. Du wirst ungeduldig. Ach. Ach. Meinst du, ja? Sag mir, wie du... Du wirst schon so rein stürmst. Oh, Mann, ey. Oh, guck mal, bei dem Spiel ärgere ich mich nicht, weil es einfach so schnell geht. Fick dich. Ja. Du Ficker. Mir ging es sonst so rum. Ich kriege mich auch nicht auf. Ich bin ganz entspannt. Ja. Oh, jetzt müsst ihr beide... Ah, jetzt wird der Duell, ja? Wer weitergehen darf. Okay. Wer wirft sein Schwer zuerst? Nein. Es tut wirklich ein bisschen weh, Robin, dabei zuzusehen, wie er sich hier windet. Hör auf, der Stein, stirbt, stirbt, stirbt. Aber gut noch die Zeit ergibt. Und jetzt hat Leo gewonnen. Ja. I am the Nidhogg Champion. Robin, ich würde dir die Hand geben, du sitzt leider ein bisschen weit entfernt, aber das war eine sehr, sehr epige Runde. Sehr, sehr epic. Das braucht viel zu viel Spaß. Dieses Spiel hat keinerlei Recht, so viel Spaß zu nehmen. Ich nehme auch zurück, was ich vor ungefähr 10 Minuten gesagt habe. Ich kann mich sehen, wie ich das stundenlang spielen. Können wir noch eine Runde spielen. Wir können gerne noch eine Runde machen. Tom, wir haben noch gar nicht gegeneinander gespielt. Können wir vielleicht machen? Achso, können wir auch. Ich glaube, du hast recht, ist mir nicht aufgefallen. Ich kann eine ganze Pause gerade doch ganz gut gebrauchen. Tom wird mich sowieso, ist mir völlig wurscht. Ist mir wurscht. Tom wird mich sowieso binnen 30 Sekunden fertig gemacht haben, also können wir dann wieder wechseln. Also ich bin jetzt orange. Tom ist orange, ich bin gelb. Eigentlich müssten wir dann gleich nochmal den Controller wechseln und Leo die Tastatur geben, damit er meine Verwirrtheit nachfühlen kann. Ja, wenn du oben hältst, kann man nicht so springen, tatsächlich. Wer ist wer? Ich bin gelb. Ich bin gelb. Scheiße. Ja, also nicht einschränkt, aber erschöpfen. Hört sich auch so an. Das war auch nicht gespielt. Ich schwöre euch, davon war jetzt gerade nichts für euch. Ne, davon war nichts gespielt, das hat man gemerkt. Ich glaube, da hätte es geholfen, deinen Körper zu sehen. Tom hat die Skills. Er hat die Nitox-Skills. Die Sache ist halt, das wirkt so das Spiel, wenn man das zuerst spielt, als ob man einfach nur schnelle Reflexe haben muss, aber es ist halt gar nicht so. Man muss halt einfach nur zur richtigen Sekunde den richtigen Knopf drücken. Es ist wirklich mehr so den Gegner durchschauen und solche Sachen. Genau, das ist ein ganz, ganz großer Teil. Aber es ist eben auch ein ganz großer Teil, eben nicht zu drücken, einfach nur drauf Reflex zu achten, sondern wirklich zu planen, welchen Move man dann benutzt. Weißer, Tom, was machst du da? Tom? Tom? Das kann not happen. Oh, da hast du einen Kick gedrückt, wenn du gesprungen bist. Das war ein Enter the Martins-Fits. Leo ist gerade durchs Glas gesprungen. Sehr gut. Ah, ja, dieses Spiel macht absurd viel Spaß. Das ist wirklich sehr schön, Robin. Ich möchte noch mal gegen Leo spielen. Noch eine Runde gegen Robin. Ich möchte noch eine kleine Runde spielen, gegen wen ist mir egal. Ja, mach mal. Ah, okay. Robin, du nicht gegen Tom? Nee, ich bewahre meine Kräfte für dich im letzten finalen Match des Todes auf. Leo. Im finalen Match des Todes? Wer ist hier denn die Zock? Das werden wir bald feststellen. Das war gerade wirklich gut. Ah! Das Spiel, das Tom zum Schreien bringt, ist aber auch etwas... Ja, das war weniger Schreien als eher Überraschung, glaube ich jetzt. Naja, aber auch das. Ich glaube, meine Reaktion war in etwa genauso... Im Vergleich zu meiner normalen Reaktion war meine vorherige Reaktion genauso krass wie Toms Reaktion gerade. Im Vergleich zu seiner normalen Reaktion. Wenn ihr nicht versteht, was ich meine. Ich verstehe ungefähr, was du meinst, ja. Tom, was machst du da? Äh! Äh! Kick. Dive-Kicker. Ah, verdammt. Oh, wie ich noch da drin stand. Einfach eine Weile. Ah, verdammt. Ich glaube, das Spiel kann noch acht Stunden Spaß machen, hätte ich gesagt. Ja, ich... Mittlerweile glaube ich es auch. Wenn du da... Wenn du da irgendwie mit... Ich glaube, hier mehr Leute mit verschiedenen Mindsets, desto besser auch... Genau, wenn du irgendwie mit sieben, acht Leuten da sitzt irgendwie abends. Das wäre, glaube ich, sehr funny. Shit. I have to go on! Shit, ich hasse dich so sehr, Tom! War Gameplay auch so unterhaltsam? Wie unser Gameplay... Äh, ja, nur, dass wir das Spiel noch nicht so ganz durchschaut hatten mit dem Weitergehen. Was hast du... Nicht so ganz durchschaut? Wir haben die grundlegende Spielmechanik noch nicht verstanden. Ah! Ja, mal... Was wir dafür... Es gab auch zigtausend Kommentare, die uns da drauf hingewiesen haben. Mario Gameplay war ziemlich gut. Wir haben halt nur erst nach der zehnten Minute das Springknopf entdeckt. Aber sonst war gut. Ah! Warum bin ich nicht weitergegangen? Ah! Fuck! Oh! Messer am Gesicht! Ah, verdammt! Ich hätte nicht gedacht, dass du da nochmal spawnst! Oh, Goddammit! Das ist krass! Plötzlich hat der Leo den Skill des Toms. Hat er gar nicht. Der Meister ist zum Schüler geworden und andersrum. Ne, andersrum. Der Meister ist zum Schüler geworden. Das auch, ja. Endlich! Endlich hat der Schüler... Nach jahrelangem D-Training. Oh, weil ich fühle mich als Welt besoffen, wenn ich dieses Spiel spiele. Wirklich, das ist echt so ein bisschen... Oh, shit, du bist ja... Du bist einfach... Du bist in so einem konstanten Zustand des Glücks irgendwie. Äh, übrigens, wenn man einmal kurz... Kurz nach unten tappt, macht man diesen Salto. Ja, okay. Schön, dass du uns das jetzt sagst. Hier. Nach drei Stunden. Ist mir jetzt erst gerade... Aber ist das genau der, den ich vorhin auch gemacht habe? Ich glaube schon. Einmal nur tappst du. Wer will jetzt die Tastatur nehmen? War sehr ausgeglichen. Robin wollte nochmal eine epische Runde gegen mich in Nidhogg. Warte, 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 warte. Dann ist Robin jetzt orange. Okay. Ich bin orange. Und Leo ist gelb. Also Leo war immer gelb. Warte, warte, können wir den Vogel da oben töten? Geht das mit dem? Ja, wir kommen nicht so hoch. Okay, warte auf. Drei, zwei, eins, go. Okay. Fight! Okay, warte! Und schon wird es zum Faustkernwort? Oh, sehr gut. Scheat, Boy. Schon das war wieder spannend. Oh, ich bin sofort wieder mit einem... Aber ich verstehe nicht, warum der manchmal nach oben sticht und manchmal wirft. Leiter nicht geworfen. Es gibt halt dieses, dass du so stufenweise nach oben gehst und je nachdem in welcher Stufe du gerade bist, kommt der halt leichter in die Wurfposition oder nicht. Oh, 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 oh. Oh, oh. Es wäre beeindruckend gewesen, wenn du dich daraus gerettet hättest. Hast du aber nicht. Das habe ich nicht mitbekommen. Danke, Tom. Bitteschön, bitteschön, bitteschön. Ich sehe schon die E-Sport-Livestreams mit den Kommentaren. Nidhogg. Nidhogg. Ja, also wir spielen Nidhogg extrem competitive. Ja, wir sind auch in der Liga. Ach, f*** dich doch, das kann doch nicht sein. Wir machen den Time-to-3-Clone. Dann du ein Arschloch bist, habe ich mir immer gedacht, Leo. Das wusste Robby von der Falle. Fuck. Ich würde ja sagen, dieses Spiel holt das Schlimmste aus, Robin, aber eigentlich. Aber eigentlich ist er wie immer. Shit. Abt. Turteln. Du hast nicht mehr eine Schildkröte, da habe ich dich verarscht. Das klappt nicht bei mir mit dem Rollen. Doch, einmal kurz tippen. Ach, jetzt klappt. Hast du gesehen, wie ich mich an Leo vorbeigerollt habe, ne? War gut, ne? Ja. Als er dann sein Schwert nicht reingestochen hat. Mach Mistfickziege. Was? Mistfickziege. Hör mir doch mal zu, du Spast. Thomas Spast. Hör mir doch mal zu, du Spast. Das ist so richtig ehrlich. Das muss ich mir mal merken. Bitte, Robin, ich hab dich nicht verarscht. Hör mir doch mal zu, du Spast. Listen here, du little shit. Kammer, kannst du mir mal kurz ein Glas geben, bitte? Mann! Hör mir doch mal zu, du Spast. Wer bin ich? Ach ja. Ich bin nicht ganz da. Ah, fuck. Leo ist gerade wieder am Schicksalsberg. Wird er es schaffen? Nein. Oh nein. Oh nein, kannst du da noch spawnen? Das ist doch... Oh. Nicht schlecht. Nein. Nein. Und ich spawn nicht mehr, ne? Robin hat gerade original die Tastatur gegriffen wie eine Keule und will sie über der Tischkante zertrümmern. Also ich glaube, ich könnte jetzt noch vier Stunden spielen. Ja, ich glaube, wir müssen dann irgendwann die... So schade es ist, das aber abbrechen. Kann man das online spielen? Das kann man online spielen, ja. Wobei der Netscode nicht ganz so krass gut sein soll. Ja, schade. Ich bin für ein Turnier, das wir organisieren. Den haben wir drei Fans. Thomas' Adresse steht nämlich unter in der Beschreibung in diesem Video. Steht die Adresse, kommt dann einfach am, sagen wir, 24.12. Bullshit-at-crap.com Das ist seine Adresse, genau da könnt ihr hinkommen. Achso, ich dachte, du gibst deine Hausadresse weiter. Oh Gott. Ja, das war ja eigentlich mein Plan, weil die ja hierhin vorbeikommen sollen zum Feiern. Ja. Ich glaube, ich nehme jetzt eine Valium. Ist Valium zum Beruhigen da oder das ist der Gegenteil, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls nehme ich die. Mit drei. Ich hoffe, sie beruhigt. Bei dir weiß ich es auch nicht mehr, aber ich weiß, dass ich Nittalk sehr gut finde. Ich glaube, ich möchte das auch haben. Ja. Schöne dir. Selber Nittalk.